Ich wollte einfach an einer Uni studieren, an der ich mich kreativ entfalten kann. Außerdem habe ich gehört, dass die Jobaussichten für die Alumni super sind. Ich war zuerst stuppern und dann beim Open-House-Day und danach war mir ziemlich schnell klar, dass die NdeU die richtige Wahl für mich ist. Also eigentlich ziemlich easy, es gibt mehrere Teile. Also zuerst kommt der schriftliche Teil, der ist je nach Studiengang ganz unterschiedlich gestaltet. Danach folgt ein Gespräch mit der Studiengangsleitung, aber das ist super praktisch und angenehm, weil man sich einfach schon gegenseitig kennenlernt. Bei den gestalterischen Studiengängen präsentierst du dann einfach dein mitgebrachtes Portfolio, mit den ausgewählten Arbeiten. Aber im Prinzip geht es in erster Linie darum, dass du dich gegenseitig kennenlernst und dass der Studiengangsleiter merkt, ob du die richtige Person für das Studium bist. Natürlich war ich ein bisschen nervös, ganz klar, aber es war sehr entspannt und gut machbar. Also ein kleiner Tipp am Rande, es gibt drei Aufnahmetermine pro Jahr. Also tritt am besten so früh wie möglich an. Dann hast du noch die Möglichkeit ein zweites Mal anzutreten, falls es beim ersten Mal vielleicht nicht gleich klappen sollte. Ich bin sehr begeistert. Mir gefällt die familiäre Atmosphäre an der Uni. Wir sind nur ca. 600 Studierende und die Lehrenden nehmen sich ganz viel Zeit, um uns individuell zu betreuen und uns bei unseren Projekten zu coachen. Ja sicher, klar doch. Ja sicher, klar. Nicht auch gleich. Ja sicher, klar. Ja sicher, klar. Ja sicher, klar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017